Willkommen zurück zu Let's Play. Legend of Grimrock 2. Ich wollte Dark Souls 2 sagen, aber das ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Da sind wir mittlerweile durch. Komm her. Er ist ziemlich fix beim Angreifen. Ich hoffe, wir werden diesen Viechern nicht allzu häufig begegnen. Verdammt! Du hast ein 400er Schaden bekommen. Wie viel hältst du aus? Lass mich raten. 1000 Punkte. Verwundern würde es mich nicht. Oh Gott, ein Glück. So, kein bisschen Schaden genommen. Das muss ich speichern. Das ist richtig geil. LP2. Und wir sind jetzt um drei Säulen rumgelaufen, die einsam herumstanden, aber hier gibt es irgendwie noch einen Raum, in dem wir nicht drin waren. Oh Gott! Spuck jemand anders an, aber nicht mich. Er brennt. Brennen ist immer gut. Brennen heißt bald tot. Immer schön im Kreis wandern. Kann uns gar nichts passieren. Weißt du was? Ich mach gleich einen auf... Uah... Auf den hier. Siehste, geht doch. Hier geht's auch noch lang. Ah, hier waren die wahrscheinlich eingesperrt. Vielleicht ist hier sogar noch ein Knopf untergebracht. Der uns noch ein wenig weiter bringt als zuvor. Nee, eine Nachricht. Eine uralte Karte. Das Papier ist so antik, dass es schon in deinen Händen zerfällt. Okay, schade. Ah, das ist die uralte Karte von der Insel. Ruins of Desert Rune. Barren Desert. Crayton's Arm. Da waren wir noch gar nicht. Sunken Straight. Shipwrecked Beach waren wir. Calbridge Bog waren wir. Da sind die Docks. Wow. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie hinkommt. Manche Gebiete sind ja einfach nicht zugänglich. Aber man soll sie trotzdem sehen. Einfach nur damit man denkt, wow. Hübsch. So. Oh, Pfeile. Weg damit. Okay. Wir haben jetzt herausgefunden, dass wir diese drei Schalter bedienen sollen. Mit Hilfe von den Zahlen, die wir auf den Säulen gelesen haben. Also. Säule, oh. Säule Nummer 1. Welche ist Säule Nummer 1? Sollen wir zweimal drücken. Säule Nummer 2. Fünfmal. War das fünf? Ich hoffe. Säule Nummer 3. Säule Nummer 3. Dreimal. Ne, ich glaube, ich habe eben nur viermal gedrückt. Also nochmal. Zweimal. 2, 3, 4, 5. Ja, garantiert habe ich eben nicht so häufig gedrückt. Und dreimal hier. Ne, wahrscheinlich andersrum. Dann ist das hier 1. 2, 3, 4, 5. Und dreimal. 1, 2, 3. Oder ist damit gemeint, bloß hin und her drücken. Ich brauche mal Licht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay. So rum schon mal nicht. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Auch nicht. Vielleicht doch anders. 1, 2, 3. Achso. Vielleicht hätte ich die noch drücken müssen. Verdammt. Okay. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay. Andersrum. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was war das? Das hat geklickt. Aber das hat nichts gebracht. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Was? 1, 2, 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das verstehe ich nicht. Okay, vielleicht waren die Säulen doch für was anderes gedacht. Ich gucke mal gerade. Ich brauche noch einen Stift. Ich schreibe jetzt auf einer Pappe, wo eine Schlemmer-Tasche drauf war. Die hat sehr gut geschmeckt, wirklich. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Product Placement wäre es, wenn ich denn auch die Firma sage, die die Schlemmer-Taschen macht. Aber die sage ich nicht. Ähm. Okay, lassen wir mal alle oben. Nichts passiert. Linker runter. Links unten. Mitte oben. Rechts oben. Oh Gott, sieben. Alle unten. Sieben. Erster Klick. Ein Klick ist... Noch mal umdrehen. Rechts unten. Die Mitte unten. Meine Liste sieht komisch aus. Da steht eins RU, also eins RU, zwei MU, vier LUMORO und sieben ALU. Das ist sehr süß, wirklich. Okay. Jetzt kommen noch die Zweier-Varianten. Die beiden lassen wir unten. Drei. Links oben ist drei. 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 Rechts oben ist sechs. Und dann gibt's nur noch eine Variante. Mitte oben. Okay. Vielleicht sollen wir doch nach den Säulen gehen. Zuerst sollen wir... Zuerst sollen wir... One war... Zweimal klicken. Also Mitte unten. Two war fünfmal klicken. Also Mitte oben. Und dreimal klicken. War links oben. Tada! Also ging's doch mit den Säulen. War ein ziemlich kompliziertes, aber schönes Rätsel. Also das hat Spaß gemacht. Spaß gemacht auszuprobieren. Da ist ein Kristall hinter. Den sehe ich zwar nur, aber ich... Kann den nicht benutzen. Hey! Was? Hahaha! Okay. Das ist ein... Raum, der uns rausbringt. Aber von dem hab ich gehört. Wo ist der verfluchte Kompass? Der verfluchte Kompass. Irgendwo hab ich ihn gesehen. Da. Der spielt verrückt. Offensichtlich, weil mich die Seiten rausbringen würden. Den soll man hier benutzen. Jetzt darf ich da lang gehen. Jetzt sind vorne und links Dinge, auf die ich nicht rauftreten darf. Jetzt ist da ein Ding. Nee, ich muss hinten rum. Der zeigt mir mal an, wo die Bösewichte sind. Das heißt, die Teleporter. Links und rechts. Vorne und hinten. Okay. Ihr seht das. Also der schlägt immer mit der roten Nadel dorthin aus, wo ein Teleporter ist. Links und rechts. Links und rechts. Nur rechts. Nur links. Und wir haben's geschafft. Wir sind durch den Raum durch. Speichern. Denn ich habe die Befürchtung, dass hier irgendwo an der Wand noch ein Schalter ist. Wo ist der Kompass? Da. Hier kann man nämlich auch hin. Und hierher. Nee, hier ist nichts. Schade. Hätte ja sein können. Gut, wir sind durch. So schnell kann's gehen. Gut, dass wir den nie weggeschmissen haben. Ah, und hier kommen wir auch zum Kristall. Ja, sehr schön. Wir können hier speichern, aber vorher gucken wir mal in den Sack rein. Den nimmt jetzt mal Lou. Lauter essen für uns alle. Oh, das ist sehr nett. Das ist sogar extra für uns vorbereitet. Eine Keule für Baal. Sehr schön. Die vielleicht nicht so viel bringt, aber immerhin. Das muss die anderen auch gleich essen. Wir haben noch einen Apfelkuchen. Ein Brot für Rassia. Okay, und noch zwei andere Dinge. Die lassen wir sein. Speichern. Und dann geht's weiter. Wahnsinn. Also dieses Schloss gefällt mir richtig gut. Das ist was zum Überlegen. Das ist ziemlich hoch hier alles. Scheint nicht so zu sein, dass der Enzester uns erwartet. Zumindest sehe ich ihn nirgendwo. Aber ich höre hier schon wieder irgendwelche ekligen Viecher, die mich paralysieren und festsetzen wollen. Gut, dass es hier in der Nähe einen Kristall gibt. Wenn wir da rüber gehen, kommen wir zu einem Trank. Die Brücke oben bewegt sich von ganz allein. Da müssen wir dann immer hinterherlaufen. Oh. Da ist das Vieh. Komm her. Willst du mich? Ich will dich als erstes fertig machen. Nicht, dass du mich von oben irgendwie runterschießt. Das kenne ich schon. Das Spielchen ist doof. Das Spielchen ist doof. Es will nicht. Komm runter. Klappt nicht. Gut, müssen wir hoch. Ja, die Frage ist wie. Also es gibt hier eine Leiter. Aber selbst wenn wir auf die Leiter draufsteigen, sind wir nicht wesentlich weiter. Na, hast du mich jetzt gesehen? Kommst du jetzt mal her?